Lane, Galbraith, Portal 7, Europagate Doch gestern war die Dunkelheit hier. Josef Konrad O Balkonien, Land der Ahnen, Warum sollte ich deine steinerne Umarmung meiden? Ist Terra Cognita nicht bizarrer, betörender als alles andere? Zweimal ging ich fort, zweimal zu dir zurück. Einmal ein Ausflug zu diesem Dow-Madison-Campus, wo schlagstockschwingende Polizei dem Protest niederschlug. Einmal eine Spritztour zum östlichen Ende Anatoliens. Doch mein Heim ist eine eines Kaisers würdige Burg, also dies Gedicht. Mein Kosmos und schiefes Gewissen. Was ich sehe, ist unbekannt und daher vertraut, wenn man ein Fremder ist. Dann lass uns gehen. Diese Gestalt von innen zu ändern, wenn auch von außen, also gleichartig, und eine Parodie mit Kulturstätten zu füllen, mit transparenten Werken, Recht und Gerechtigkeit für alle. Wie auch immer. Und sie mich unwilligen Vertrauten, der erst gestern, en passant, um ihnen dies zu senden, einen Gentilhomme auf einem Balkon begegnete, der hinabblickte. Marineblauer Anzug und Ciancé pour Paris, Marshall des Handels, viel Action-Français hier. Je suis partout, schon eine gestige Botschaft zu verkünden. Und es ist wahr. Du siehst ihn hier, du siehst ihn dort. In London, Rabat und Berlin. Ergo entschlossen, mich ihm in dieser globalen Bar anzuschließen und mal ein handfestes Geschäft zu machen. Eine flotte Diesel zu Kampfpreisen gefahren über die Leiche eines fremden Kindes. Ach, lass es einfach durchsickern. Habe Exponat, ein Angebot für die scheidende Gendarmerie abgegeben, die du auf der Karte markiert hattest, dazu ein paar reife Gendarmen gratis für diesen Preis. Was? Doch diskret über einen Sanierer, den ich fürs Grobe angeheuert hatte. Zellen- und Geheimdienstinfos intakt. Verdoppel ihre Renten, wenn die Trottel unter unseren Fittichen bleiben. Sie sind verwandt. Wir brauchen Zupackende. Stell dir doch bitte mal das Fiasko vor. Bürgerunruhen und kein befehlshabender Tweet. Ha, Mumpitz. Team Festung. Team Cherry Picking. Ha, ha, ha. Team Haarschnitt. Team Asset Stripping. Team Das ist das Ende, bla, bla. Ist es nicht. Lane Galbraith. Portal 7. Europa geht. Übersetzt von Margit Lebert. Gelesen von Helge Heinold. Aus das Humboldt-Forum Berlin. Erschienen im Afaia Verlag. Wir sehen uns hier auch nicht. Da gehen wir wieder einenisode den Wyatt Ne کہang. Wir machen Dabber. Das war immer noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020